Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 251. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Folge handelt weniger von meinem Arbeits- und Privatleben, sondern heute geht es mal um Podcastliebe, denn mir sind einfach in der Vergangenheit so viele fantastische Podcasts aufgefallen und dann gibt es auch noch eine supergeile Aktion bei Twitter, überhaupt auf Social Media, über die ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe. Und weil, also das kann ich ja auch gleich mit anfangen. Und zwar gibt es nämlich den Podcast-Rezensionen-Adventskalender. Das Ziel ist also, dass man versucht, an jedem Tag im Dezember eine Podcast-Rezension bei Apple Podcast zu schreiben, dem, was ehemals iTunes war. Und da ist so wahnsinnig viel Liebe einfach dabei, die da verbreitet wird, dass ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich mitspielen, aber ich habe ja keinen iTunes-Account. Und deswegen mache ich das einfach im Podcast, da wo es hingehört. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich, also sind ja meine Podcasts auch durchaus bei iTunes vertreten. Vielen Dank an all jene, die das dort angemeldet haben. Und ich habe mich sehr gefreut über zwei Rezensionen, die Jörn Schaas feiner Podcast schon bekommen hat in dem Zuge. Und zwar einmal 5 Sterne von Sastical, der schreibt, einfach angenehm zu hören. Jörn Schaas ist Hörfunkjournalist und sonst gäbe es diese Rezension wohl nicht Podcaster. Jörn Schaas feiner Podcast ist ein Personal Podcast. Jörn berichtet hier von seinem Alltag, von Ausflügend, Treffen mit anderen Menschen und viel mehr. Auch vermittelt Jörn interessante Einblicke in das Medium Podcast und äußert seine Meinung zu aktuellen Diskussionen. Ich mag Jörns Art, seinen trockenen Witz, die Themenauswahl, seine Stimme. Deswegen ist dieser Podcast einer der wenigen persönlichen Podcast, die ich regelmäßig und zeitnah höre. Und Tim S. schreibt, auch noch 5 Sterne, das einzige Deichgolf-Medium aus der deutschsprachigen Podcasting-Community ist er nicht mehr wegzudenken. Jörn Schaar, er ist es und ihr seid es nicht erzählt aus seinem Leben, ob Beruf oder Privat, Freude oder Frust. Die Stimme und die Stimmung macht es. Und da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich sowas lese. Das finde ich fantastisch. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz großartig. Und nicht nur wegen dieses Podcast-Rezensionen Adventskalenders, aber auch habe ich mich entschieden, also diese Folge rein der Podcast-Liebe zu widmen. Denn ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, zum Beispiel über meine neueste Entdeckung Drama Carbonara. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die scheinen tatsächlich so im Wiener Raum schon sehr bekannt zu sein, nach allem, was ich so jetzt mit dem bisschen Einblick in ihren Instagram-Account rausfinde, den man halt bekommt, wenn man selber kein Instagram-User ist. Drama Carbonara, das sind drei Frauen, deren Namen ich genauso vergesse, wie ich alle Namen ständig vergesse. Das ist auch Schall und Rauch. Drei Frauen, die sich regelmäßig treffen und bei einem schönen Gläschen Prosecco schwulstige Geschichten aus Liebesromanen vorlesen. Und die da so einen grandiosen Spaß bei haben, dass es einfach ein Fest ist, denen dabei zuzuhören. Und wir haben eine Folge gehört jetzt neulich, als wir nach Essen gefahren sind im Auto. Und wir haben uns so kaputt gelacht, weil die einfach sich, die hatten so einen Spaß damit, so rumzuspinnen, wie diese Geschichte jetzt weitergeht oder wie diese Situation entstanden ist. Das ist einfach fantastisch. Und ich habe hier mal einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil es einfach unglaublichen Spaß macht. Eigentlich wollte ich erst einmal wieder zur Besinnung kommen. Moment, wundert ihr euch jetzt gar nicht drüber, dass damit war es das? Date-mäßig? Also jetzt stellt euch vor, ihr ladet jemanden ein, das ist total nett und der hilft euch mit der Wohnung renovieren. Und ihr vergiftet es denn dann mit eurem gekochten Essen und danach und erspeibt euch in die Wohnung. Okay, aber das ist doch kein Grund, dass man dann sie nie wieder sieht. Eigentlich ist das was, das sogar gut fürs Bonden sein kann, oder? Ja, gell. Eigentlich, wenn man es auch nett findet, kann das sogar süß sein, wenn der in die Wohnung schwebt. Ja, vor allem, was für eine Story. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Aber, ja. Wartet es mal ab. Ganz, ganz großartig. Hört auf jeden Fall rein bei Drama Carbonara. Das macht einen Heidenspaß. Die Geschichten sind totaler Mumpitz und furchtbarer Schrott, aber die drei kriegen das so unfassbar großartig auf den Punkt. Das ist wirklich echte und authentische Comedy. Das finde ich einfach großartig. Und wo wir gerade beim Thema lustig sind, da habe ich jetzt leider keine Einspiele vorbereitet, weil man die bei Soundcloud hosten und da kann man ohne Soundcloud-Account nichts runterladen. Das ist alles so ein bisschen Dr. Bernd Ludwig, ein Podcast-Roman. Zwei Typen. Der eine schreibt und der andere ist halt so ein kreativer Kopf, ein witziger Typ, der das Ganze, der so ein bisschen den Gegenspieler gibt. Und die schreiben also einen Groschen-Roman, der durchaus zu Drama Carbonara passen könnte. Und zwar geht es um Dr. Bernd Ludwig, Kardiologe seines Zeichens von Weltrang, versteht sich, und diverse Liebesabenteuer, die dieser Doktor erlebt. Und sie schreiben das Ganze mit höherer Beteiligung. Also man kann seine Ideen für die Geschichte per Mail an die beiden schicken und kann dann versuchen, da so ein bisschen die Story zu beeinflussen. Und es kann sein, dass man sie anregt, einzelne Wörter mit einzubauen oder dass man so einen Gedanken schickt oder auch ganze Textpassagen wären da möglich, schreiben die beiden. Oder sagen sie auch im Podcast. Sie veröffentlichen relativ unregelmäßig, aber wenn, dann ist es einfach wahnsinnig witzig auf so einer Meta-Ebene. Manchmal machen sie mir ein bisschen zu viel Quatsch und spinnen da ein bisschen zu viel rum. Aber das, was dabei rauskommt, das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz schön. Und wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Das heißt, es gibt einen zweiten Roman über Dr. Bernd Ludwig. Und das ist ein Prequel. Das finde ich ganz besonders spannend. Kann ich euch auch nur sehr, sehr ans Herz legen. Und das dritte Ding, wo ich auf jeden Fall Podcast-Liebe verbreiten möchte, ist Arctic Drift. Das ist der Podcast zur Mosaik-Expedition. Und da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die Mosaik-Expedition wird durchgeführt vom Alfred-Wegener-Institut, die sich auf Polar- und Meeresforschung spezialisiert haben und die sowieso schon immer sehr interessante und spannende Erkenntnisse über die Arktis und die Polarregion insgesamt veröffentlichen. Und jetzt haben sie halt eine neue Mission aufgelegt, eine Expedition, die ein halbes Jahr dauern wird. Und zwar sind sie mit einem Eisbrecher, mit der Polarstern, ins arktische Eis gefahren und haben sich da eine schöne große Eisscholle gesucht und lassen sich jetzt daran festfrieren, haben sie schon, und treiben also jetzt den Winter hindurch mit dieser Eisscholle durch das Polarmeer. Da, wo sich die Eisscholle hinbewegt, da bewegt sich auch das Schiff hin. Und rund um das Schiff haben sie diverse Forschungsstationen aufgebaut, verschiedene Fachgebiete, die da, was weiß ich, das Eis untersuchen und das Wasser unter dem Eis und die Luft über dem Eis und dies, das, Ananas. Und das ist vom Produktionsding her, also es ist jetzt nicht so, dass da ein Autor, ein Produzent mit auf dem Schiff wäre, sondern mein Eindruck ist, dass die wahrscheinlich irgendwie mit einem Double-Ender irgendwie telefonieren. Also sprich, an Bord ist eben der eine Missionsleiter, wie auch immer er heißen mag, und der hat ein Mikrofon dabei, telefoniert offenbar mit jemandem und beantwortet dem Fragen. Die werden aber im Podcast sind die nicht zu hören, sondern man hat eben einen Sprecher, einen Erzähler, der so ein bisschen das Setting erzählt, erklärt und dann kommen eben die Erläuterungen von diesem Wissenschaftler. So geil, echt. So tiefe Einblicke in das, wie die da arbeiten, ohne großes Fachchinesisch und auch jetzt nicht irgendwie riesig mit Geräuschen oder Außenaufnahmen, nee, überhaupt nicht. Aber man ist einfach als Hörer sehr, sehr nah dran, an dem, wie die sich da organisieren, wie die sich da aufbauen und wie da Forschung und auch das Leben funktioniert. So was weiß ich, der Schutz vor Eisbären zum Beispiel. Das ist ja auch ein Thema dort. Und was ich jetzt dann in der Vorbereitung auf diese Episode von Jörn Schaas von dem Podcast gesehen habe, die haben auch eine fantastische Homepage dazu, wo sie also ganz genau erklären, wie es da aussieht, auch mit Fotos zum Teil, welche Forschungsziele sie erreichen. Richtig cool designt, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Und dann kommen wir jetzt auch schon fast zum Ende. Und dafür habe ich mir eine Sache aufgehoben, die mich fast ein bisschen traurig macht. Denn der Anerzählt-Podcast, der neigt sich jetzt zu seinem Ende, beziehungsweise er ist jetzt schon offiziell zu Ende. Dirk Prims hat den ja produziert und hat fast täglich eine kurze Folge veröffentlicht, die immer einen inhaltlichen Bezug hatte zur Folgennummer. Das heißt also, in der Episode 1 ging es um die Zahl 1, Episode 2 hat sich mit der Zahl 2 beschäftigt und so weiter und so fort. Und das war ein sehr, sehr großartiges Projekt, wo ich mich erst so ein bisschen reinhören musste und wo ich dann aber sehr schnell gemerkt habe, das ist geil. Und was sehr, sehr schnell in meinem Podcatcher einen Stammplatz hatte. Und ja, dann war es ja erst mal angelegt, ursprünglich auf, ich glaube, 100 Episoden. Dann hat er gesagt, oh, läuft gerade geil, hab Bock drauf, mach ich mal weiter. Und hat dann jetzt langsam gemerkt, dass es ihm zu viel wird oder weiß ich gar nicht so, was jetzt der genaue Grund war, das also vielleicht auch einfach so ein bisschen ausgelaugt und es wird Zeit für was Neues, sagt er. Und ja, jetzt hat er dann schon vor einiger Zeit gesagt, so bei 1000 Episoden ist Schluss und jetzt, die hat er jetzt erreicht. Und ich habe das einfach immer wahnsinnig gerne gehört und ich habe jetzt schon gesagt, so mein Podcatcher wird dadurch ein bisschen leerer, wenn dieses wunderbare Projekt jetzt nicht mehr dabei ist. Er hat sich so ein bisschen was überlegt, wie er das noch weiter am Laufen halten kann. Also er hat irgendwie eine Liste von Best-of-Episoden, die er selber gerne mochte und die würfelt also ein Skript immer mal wieder neu in den Podcast-Feed, um den Anerzähler so ein bisschen präsent zu halten bei denjenigen, die das noch im Podcatcher abonniert haben. Aber die Folgen sind überwiegend zeitlos, also man könnte auch einfach mal wieder irgendwann vorne anfangen und dann nochmal reinhören. Also ich rate dringend dazu. Ein sehr, sehr großartiges Projekt von einem tollen Typen. Ich mag Dirk total gerne. Immer wenn wir uns sehen, ist es total nett. Und auch seine Frau Susanne ist eine fantastische Person, mit der ich mich immer unheimlich gerne unterhalte. Das ist also immer das eine Mal, wo wir uns gesehen haben. Aber da haben wir halt auch gleich vier Stunden miteinander geschnackt. Einfach so. Das war total schön. So und als allerletzten Punkt weise ich noch einmal kurz auf meinen Podcasting-Blog zurück. Ich habe ja auf jörnschar.de angefangen, über Podcast-Themen zu bloggen. Und da gibt es einen neuen Artikel, und zwar meine kleine Auphonic-Serie setze ich fort. Also wer sich anschauen möchte, wie man Auphonic in Anführungszeichen richtig bedient oder mehr so wie ich es bediene, wie ich die FAQ oder die Anleitung verstanden habe, dann könnt ihr das da nachlesen. Ich gebe Tipps dazu, wie man seine Audiodatei von Auphonic bearbeiten lassen kann. Das ist jetzt also der zweite Teil. Ich habe genau Auphonic einmal die Grundeinstellung erklärt, wie man so ein Preset sich einrichtet und wie man jetzt dann mit einer einzelnen Datei verfahren kann. In der nächsten Lektion, in Anführungszeichen, geht es dann um Multitrack-Produktion, wenn man also mehr als eine Tonspur hat. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. oder bis eine neue Folge von Jörn Schachs von einem Podcast erscheint, je nachdem, was früher vorkommt, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.